Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Clip aus unserer Husky Tech Clip Reihe alles rund um den Hunde und Zughundesport. Ich bin Marc, unser heutiges Thema dreht sich um die Renngeschirre. Da zeige ich euch die zwei gängigsten Modelle, sowie auch wie diese richtig zu sitzen haben. Zum ersten sehen wir hier in blau das X-Back Geschirr von Husky Tech. Dieser Geschirrtyp ist ein Langgeschirr, beziehungsweise Renngeschirr. Es geht über den kompletten Rücken des Hundes und hat seinen Ursprung im Schlittenhundesport. Die Bezeichnung X-Back hat das Geschirr, da die beiden oberen auf den Seiten des Rückens verlaufenden Bändern mit zwei kreuzgenähten Bändern verbunden sind, welche bei einer Draufsicht auf das Geschirr wie ein X aussehen. Das zweite Renngeschirr, das ich euch hier in rot vorstelle, ist ein V-Back Geschirr. Bei diesem Geschirr fehlen die kreuzvernähten Bänder oben. In der Draufsicht sieht dieses wie ein V aus, daher der Name. Durch das fehlende X bei diesem V-Back Geschirr kann die Wirbelsäule viel freier arbeiten als im X-Back. Dafür wird beim X-Back Geschirr der Hund im Geschirr wesentlich mehr stabilisiert. Den Sitz der Renngeschirre zeige ich euch an diesem X-Back Geschirr. Wir fangen mit dem Seitengurt an. Der Verlauf des abgepolsterten Seitengurts läuft entlang der Flanke und kommt vor den Hüftknochen wieder auf der Kuppe zusammen. Das von mir eben beschriebene X beim X-Back Geschirr muss bei Zug fest auf dem Rücken aufliegen. Die abgepolsterten Bänder des Halsausschnitts müssen eng am Hals anliegen und somit bleiben die beweglichen Schulterblätter frei. Beide Geschirrtypen verfügen natürlich auch über die bewährte Brustkorblagerung von Husky-Tech. Die richtige Länge hat das Geschirr, wenn es unter Zug an der Kuppe bzw. dem Rutenansatz eures Hundes endet. Wir führen die Geschirre in drei Standardfarben. Rot-Schwarz, Blau-Schwarz und Schwarz-Schwarz. Natürlich könnt ihr die Geschirre auch in eurer Wunschfarbe bekommen. Dafür schaut ihr einfach auf unserem Webshop in unserer riesigen Farbgalerie nach. Ihr habt jetzt von mir alles über die Renngeschirre X-Back und V-Back erfahren. Solltet ihr dennoch Fragen haben dazu, mailt uns oder ruft uns an. Weitere Infos natürlich auch auf unserer Seite unter www.husky-tech.de. Bis dahin, euer Marc. Die Schwarz-Schwarz, die Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz-